Musik Geht gleich los, Leute. Let's go. Und Brownie ist jetzt fertig. Ja, und jetzt warten wir auf den 1, 2, 2, yeah. Ja, das sind noch 10 Minuten. Und dann geht das los. Ja, 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 okay. Wieso ist Brownie weg? Er wird den Tisch noch freuen. Ist der Uwe auch dabei? Ja, der Uwe ist auch dabei. Und der Monta auch. Und der Hund Honisse auch. Und wen gibt's noch? Ellotrix. Ellotrix ist auch noch da. Ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Sehr gut. Und er macht den Tisch sauber. Putz-Putz-Braunie hier. Putz-Braun. Und ich bin Bruno. Ich bin der Kameramann. Dann mache er seinen Tisch sauber, ey. Ja. Irgendeiner muss das ja tun. Und ich hab halt... Muss halt ein bisschen sauber sein hier, oder? Leute? Nein! Toda, bitte komm. Lass uns nicht im Stich. Ich spiel auch schon Rocket League. Ja, niemand spielt. Ich such schon die ganze Zeit, aber niemand spielt hier. Alle sind so noch im Wagen oder auf Switch machen. Habe ich schon wieder Mod verloren? Nein, nee, so hast du mich. Alles ist schick. Ich bin der Schatz. Mann, Braun, ich komm doch mal zurück. Ich bin wieder da. Sehr gut. Wir spielen schon. Mein Handy hat nur noch 5%. Ich spiel mit Schleune hier, mit Pascal. Du hast jetzt doch gestartet? Ja, ich spiel schon mit Pascal. Ich glaub, das ist Pascal, oder? Das müsste Pascal sein. Oh, nee, kannst du heute noch Splatoon spielen? Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Ich muss mich jetzt konzentrieren, okay? Ruhiger Swim. Aber das funktioniert erst... Ruhiger Swim! Ruhiger Swim! Ich muss mich konzentrieren. Startet die Switch, Leute. Wenn ihr nicht dabei seid. Seid ihr nicht dabei. Ruhiger Swim. Ruhiger Swim. Ruhiger Swim. Du kannst auch zuschauen, ne? Du kannst meinem Skill zuschauen. Leso, machst du mit? Ich schaue deinen Skill nicht zu. Okay, gut. Ey, ich kenne immer noch nicht die Abkürzungen, ne? Wir haben es bis heute noch nicht gemacht. Ja, du hast noch nie Zeit gehabt. Du hast noch nie Zeit für DPD gehabt. Alter, DPD müssen wir auch noch machen. Du hast nie Zeit. Du hast nie mal Zeit für Xenoblade gehabt. Du hast nie mal Zeit für... Keine Ahnung, was gab's noch? Machen wir alles nächstes Jahr. Machen wir alles nächstes Jahr, Mann. Du kannst ja mir trotzdem zuschauen, dann lernst du was. Dann siehst du, wie man spielt. Ich kann nicht auf zuschauen drücken. Hä, du kannst einfach mitspielen und dann wirst du mir automatisch zuschauen wahrscheinlich. Wenn du auf mitspielen klickst. Oder du gehst unter Freunde und joinst hinterher. Dann kannst du mit so zuschauen. Weiß nicht, ich muss die Switch starten. Ja, starte sie, Leso. Los, go. Let's go. Starte die Switch. Und Leso, schreib mal, schreib mal, äh, Dings an. Schreib mal Jessie an, sie soll mitmachen. Schreib mal Jessie an, sie soll mitmachen. Schreib sie mal privat an. Ich kann diese Kurven hier nicht nehmen. Richtig heppig. Mach, spiel doch mit hier. Mitspielen drücken. Hallo, Frony. Ich muss jetzt, ich rufe jetzt Jessie an, sie soll mitmachen. Okay, mach das. Eine für den ersten. Ich hab ne Hupe bekommen. Und grad kommt Stachy, ich liebe mein Leben. Warte mal, pssst. Ich hab so... Pssst. Ich hab... Ne, ne, kein Megastym. Ich hab da ne Hupe bekommen. Hier ist Chantal. Ja, hallo. Hier ist Chantal. Ja, hi Chantal. Ja. Hi. Ich will mit dir Mario Kart spielen. Machst du mit? Ich hab das doch gar nicht mehr. Wie, du hast kein Mario Kart. Hab ich doch gesagt. Wie, du hast kein Mario Kart. Hab ich doch gesagt. Blöd. Wieso hast du es verkauft? Ach so. Och nee. Chantal. Ja, dann spielen wir ohne dich. Wir spielen ohne dich. Ja, mach mal. Du bist raus. Ja, mach mal. Kannst du wieder melden, wenn du in der MW oder so spielen. Ja, mach mal. Verpaare im Mund. Flatt. Oder Fonner oder irgendwas. Gott sei, hab ich ja geupdatet. Ich hoffe, ich kann mich schon wieder eins. Lange Haare sind echt scheiße, ne? Die sind immer im Mund. Hä? Ja. Hä? Ich bin wie... Ja, sie ist Chantal. Tschüss. Blöd. Ja, tschau. Blöd. Das ist Chantal hier. Sie hat Mario Kart verkauft, Leute. Wir spielen schon, Roni. Komm rein. Du musst weiblicher klingen. Komm rein, Roni. Okay, komm nicht rein. Ich komme. What the fuck? Mitspielen. Ey, aber... Werden wir rausgeschmissen, wenn es vorbei ist? Oder werden wir erst rausgeschmissen? Nein, ich warte hier. Ich warte hier. Okay, warte mal schön. Ich warte hier. Ich warte hier. Make-up fehlt. Wie sagst du eigentlich auch unbegrenzt, dass man von den Dings hier... Was? Wie sagst du eigentlich, dass man unbegrenzte Partien macht? Also, dass du... Je mehr du spielst, desto besser bist du, sag ich jetzt mal. Je mehr Punkte kriegst du. Und keine... Du hast nur zehn Partien und dann wird die... Nee, wir machen Zeit. Wir machen Zeit. Jeder hat eine... Gut, das ist ja voll unfair. Dann soll ich ja jetzt rausgehen aus dem Spiel, oder wie? Ja? Nee. Was ist es eklig, wenn diese Haare in den Mund... Sag mal, wie viel wo wir es haben. 59. Okay, ich gehe raus. Ich will den ganz viel Spaß, Pascal. Immerhin zwei Zuschauer mehr als dank dem Outfit. Ja. Es ist eklig, Alter. Turnier. Sorry, Pascal. Jetzt kommt meine jahrelange Mallorca-Karriere zum Einsatz hier, ne? Ich komme auch dazu. Sehr gut. Let's go, Leute. Let's go! In einer Minute geht's los. Eine Stunde fahren wir. Was hast du jetzt für eine Brille? Warte, ich setz auch mal eine Brille auf. Ich muss doch sehen, was los ist hier. Los geht's. Ist schon 20 Uhr? Das Turnier ist bei 21 Uhr. Es geht los. Da steht aber, das Turnier ist geschlossen. Was? Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Ah, 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 Spam, ah, Spam. Das Turnier ist eröffnet. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ah, du hast verkackt. Ah, du hast verkackt. Fehler bei der Datenübertragung. Ah, du hast verkackt. Blast! Du hast verkackt. Ich werde nicht mehr erst da. Du bist doch die Erste geworden. Nintendo Online, ich bezahle so viel Geld für nix. Oh, ich bin drin, ich bin drin. Ich bin drin. Du bist, ich bin nicht drin. Ihr musst zuschauen. Gut. Ich bin doch drin. Ich bin bei der anderen Lobby. Ich bin bei Jonas. Hä? Wo seid ihr denn? Ich bin, keine Ahnung. Ich bin bei, ich bin bei Jonas. Okay, Jonas geht. Ey, willst du dir? Jonas, kommt jetzt einfach zu dir. Gut. Scheiße, wir spielen, wir spielen nur Dings, ne? Hm? Wir spielen nur Dings. Was Dings? 150. Ja, gut, hast du verkackt. Ich spiele mit Unicorn. Ja, ich spiele mit Nickel, Jonas und noch irgendeinem Kollegen. Soll ich meine Perspektive streamen? Ne, da hab ich nicht. Okay, schade. Sonst hätte ich es auch nicht gespielt. Wieso hast du leuchtende Brille? Ich hab eine normale Brille. Wo ist Gas geben? Auf A. Aber du kannst doch eh nicht Erster werden. Unicorn ist doch viel besser als du. Los geht's, Leute. Und ihr seid jetzt schon viel schneller an dem Match als wir, ne? Wie viele Leute sind denn jetzt hier eigentlich am Start, Leute? Wer macht mit? Leute, ausrufezeichen MK8, wenn ihr mitmachen wollt. Spielt mit. Let's go. Jonas macht wieder komplett Triad, hab ich gehört. Er spielt hier mit dem besten Card-Kombi. Ja, wieder mit Metall-Mario, ne? Ja, ja. Gold-Mario. Ist halt der gleiche. Keck, Alter. Dann sagt er hat Skill. Und Blazor spielt ja auch komplett, äh, alle hier auch komplett Triad, ey. Ich seh schon. Richtig hart, Alter. Und ich hör hier, ich hör hier einfach noch irgendwelche Mario-Musik im Hintergrund. Ja, soll ich die machen? Ausmachen? Keine Ahnung. Ich muss jetzt hier auf, äh, Konzentration. Ich muss hier gut werden. Ruhiger stream. Vor allen Dingen, ich hab, ich hab, äh, Computer. Ich werd hier auf jeden Fall zweiter, oder? Ruhiger stream. Ruhiger. Ruhiger stream. Ruhe. Ruhiger stream. Jetzt noch mal ein Zeitdruck hier. Turbo. Okay, ich spiele aber auch wie der letzte Bot. Leute, alle mitmachen. Nee. Eige, eige. Eine vom Blauen, Jonas. Jetzt wird Blizzard getroffen. Ja, ja, ja. Das war aber komplett in der Stimme. Vor mir ist zweimal Computer. Ja, Computer sind halt besser als du. Okay, ich spiele jetzt auch komplett auf Try Art, habe ich gehört. Ich spiele ja nicht mitfaut. Leute. Was mache ich denn? Oh, ich bin noch dritter geworden. Holy shit. Eige. Durch das Spiel. Wir sind zu dritt. Wir sind zu viert. Wir sind schon in der zweiten Runde. Also, zweite Level. Wir sind noch lange nicht. Ich mache mal Musik aus. Lukas und Unicorn sind am Start. Leute, ich habe hier noch so Stangen. Kennt ihr Stangen? Kennt ihr so Stangen? Ich habe so Stangen. Ich fasse hier aus. Das ist Blizzard. Das stimmt, das ist Blizzard. Wir haben einfach alle die gleiche Strecke gewählt. Wie sind solche Profis? Ich habe das Turbo verpasst. Blizzard, hol dir den Sieg. Blizzard. Ich bin Team Blizzard. Team Jonas soll nicht gewinnen. Ich bin komplett Hashtag Team Blizzard. Let's go. Der Chat ist komplett leer, Leute. Alle sind am Spielen. Sehr gut. Leute. Aber ich kann nichts in Mario Kart. So wünscht man sich das. Danke, danke Jonas. Kuss. Ich habe das Programm jetzt gar nicht runtergeladen. Mit dem Countdown. Gut. Du fragst mich deswegen. Der fehlt einfach die ganze Zeit. Seit drei Stunden. Keiner merkt es. Hä? Du hast es noch nie erwähnt. Ich habe es vergessen. Ja, hast du. Wow, Jonas. Hast du gut gemacht. Eine Bombe gegen die Ziel-Dings. Gibt so. Die Dings. Der erste ist schon durch, oder was? Wie, du schießt da hin, obwohl Jonas vor dir ist? Makes no sense to me. But okay. Scheiße, erster ist schon durch. Ich bin zweiter. Okay, das macht Sinn. Da würde ich jetzt auch verstehen, warum die nicht nach oben steht. Ah ja, Gubi. Oh, jetzt hat Jonas gewonnen, weil er schneller ist als ich, oder? Es kann sein, dass du... Jonas! Jonas, geh weg! Ja, Jonas! Besser ist das, Jonas. Welche Farbe soll ich nehmen? Für was? Ich habe hier so knicklich da. 20.000. Aller Big Blue nehmen. Jonas! Blue? Knickel! Big Blue nehmen. Ich habe grün, ich habe gelb, ich habe rot. Big Blue, Leather. Leather Big Blue nehmen. Big Blue. Blau? Blau ist durchsichtig, ne? Blizzard geht einfach weg. Gut, Blizzard ist einfach gegangen. Jetzt ist vier da. Ne, hey, ah, ne, Blizzard spielt als vier. Achso. Hä? Ja, das ist vier. Ne, das ist Blizzard. Leute, kennt ihr diese Knicklichter? Guck, die sind doch so aus, wenn ihr sie knickt. Dann gibt es da eine chemische Reaction. Ja, okay, das ist... Eine chemische Reaction. So, hier, Blue. Blue haben wir. Mit dem Toad, Aller. Blizzard, schäme dich. Herzlich willkommen, Lani, Kaita, Sammy. Schon lange her, kennst du mich denn überhaupt noch? Ähm, wie hieß du denn auf YouTube? Wie hieß du denn auf YouTube? Alter, wie schlecht... Okay, ich bin lost. Ich bin gerade lost. Ne, ich bin lost. Tatsächlich muss ich sagen, dass ich gerade lost bin, etwas. Mr. Sammy B.A.W., natürlich kenne ich dich noch. Natürlich kenne ich dich. Wer legt denn auch... Wer legt denn macht denn Bombenpranks hier? Schön, dich zu sehen. Wenn du noch nicht gefollowed hast, drück auf Follow. Schönes Ding. Schönes Ding. So. So. Oh, uh. Red, komm, back. Oh. Oh. Ja. Ah, nein. Ja, so besser ist das. Perfekt. Hab ich schon. Perfekt, danke dir. Uh. Hier, das gibt Turbo. Das gibt Turbo. Rein da. Full House. Jetzt blieb wir dann da jetzt irgendwie anders. Zweiter. Zweiter ist in Ordnung. Ich hab hier noch ganz viel Knicklichter, Leute. Ich hab keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ach, er spielt als Christian. Es leuchtet gar nicht mehr. Die chemische Reaktion ist abgelaufen. Na, so schnell geht das doch gar nicht. Die chemische Reaktion ist abgelaufen. Ich glaub, die hat noch gar nicht begonnen. Jonas gewinnt einfach schon wieder, weil er die ganze Zeit erster wird. Gut, Jonas gewinnt einfach jedes Rennen. Also, ich bin jetzt immer so erster, zweiter geworden. Bin jetzt am Laptop und mein Handy aufzuladen. Ich hoffe, Lüni, dass du, äh, ne, dass du auch mitspielst. Ich mach mir so Ohrringe. Okay, der fährt einfach weiter. Ich hab ihn getroffen und er fährt weiter. sehr gut das ist so ein typischer jonas ruhig dass du das hat dir nichts gebracht cheater trotzdem jetzt muss ich immer ein knappes rennen vtf durch das knicken wird etwas freigesetzt was das leuchten sagt ja durch das knicken werden zwei verschiedene also in den röhren sind zwei verschiedene flüssigkeiten und durch das knicken wird die trennwand dazwischen kaputt gemacht und die flüssigkeiten fließen ineinander und reagieren chemisch und die setzen halt diese leuchtkraft frei ich weiß immer noch lünie habe ich ich weiß immer noch nicht immer noch nicht nächstes jahr ja ich weiß da steht aber auch nie ja ist ja fast das gleiche ja aber besser als ja oder nein nein okay dann wäre ich ja warum hat sich nicht mehr warum heißt nicht mehr denn ja wenn ja waren schöner nahmen ja auch besser jetzt heißt die lüge und die jahre lüge der brauni der doktor chemiker ich hatte chemie mit drei vertraut mir leute wenn es wieder ein ich vertraue jemanden der mit zwei oder eins aber niemand kann wenn dein leben von mir abhängt alter vertraust mir auch oder nein was wenn ich nicht über den ganzen horrorspiel sterben sehe eigentlich sonst in die idee wenn du das so handelst du mir das nicht ich muss bitte warten ok torshavenstadt alle torshavenstadt wenn ich torshavenstadt nimmt er hat keine ehre wenn ich sehe nichts das war nicht gleich ich stimme zu jonas das werdet ihr werdet ihr umgenatzt oder was nein wird der jonas der spiel ist das spiel ist generell nicht der wird der jonas gemobbt oder was ich fand es sehr toll dass wir wieder alle die gleiche schrecke genommen ich finde es toll dass wir gerade alle zusammen spielen ich finde es gerade toll dass du mal wieder marika spielst beste community der welt älter und du lässt dich wieder vom schwach hier treffen wie jedes mal ja ich werde hier halt gefistet ich sehe schon und dann nimmst du die abkürzung nicht ach man richtig traurig und deswegen bin ich jetzt siebter ja mit der abkürzung jetzt bestimmt fünfter geworden kann ich mitmachen sitio gerne turniercode steht im titel ansonsten ausrufezeichen mk8 da ist der turniercode eigentlich immer so wie sonst eigentlich müsste ich ihn ich müsste rot nehmen ich müsste für den einen rot nehmen wir nehmen rot wir gehen rein wir gehen rein es leuchtet nicht mehr so richtig wahrscheinlich weil es zu alt ist ne auch krit das war nicht schlecht jonas so ist gut höhe okay ich bin nun lol was war das für ein move jonas macht die neuen mario 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 ja er macht ja immer mario kart weiß das nicht er spielt gar nicht mal mario spielt als mayonaise weil mayonaise ist auch ein instrumenten laut sein laut seine laut ihm was zum was war das null oder fährt nicht mit todt ach du scheiße was ist das skandal ja du bist grad dritter und spiel zwar mario richtig naja wenn die auf freiheit spielen kann ich auch freiheit spielen ist mario so krass nein einfach nur schwerer charakter was mache ich denn mann was macht dieser inkling neben mir der nervt das blaue das leuchtet gar nicht mehr richtig 150 ccm oder 200 150 es gab auf der geburtstag feier von meiner cousine auch knicklichter die man aber zu einem möglichen zusammenstecken konnte brille ball etc ich habe auch ich habe hier auch so verbindungsstücke du kannst natürlich damit alles zusammenstecken lenja ich habe auch eine brille gerade zusammengesteckt hast gesehen du kannst damit alles zusammenstecken big blue big blue das ist die beste map ok er ist einfach weg diese knicklichter habe ich schon seit zehn jahren oder so da ist einfach noch jemand drin der so tut als würde er aussehen wie braunie das blösser vor allen dingen der sieht halt aus wie nerd over mann wieso hast du nicht big blue genommen mann ich habe jetzt hier auch ne 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 dings am anband und nen heiligen schein der mie sieht so geil aus und jetzt ist zucker süß erkennen und ich hier wird geballert ich glaube man hört das sogar was machst du denn da mit deinem tisch das sind die feuerwerksaketen ja ja die feuerwerksaketen hehehehe alle klein immer noch ich muss jetzt konzentrieren ruhiger stream knickel ist vor mir todas vor mir todas kriegt einen auf die maul wer hat jetzt die rote geworfen ich nicht sonst in der ersten kiste der rote als zweiter ist ich habe nur grüne es ist niemals zwei itemboxen und schon ist so lächerlich das kann ich auch keine jetzt hast du auch ja das freie mich ja gerade das ist lächerlich ich habe nicht mal zwei itemboxen und schon blitz ich habe standard drin gut was standard jetzt ich habe dich abgeballert mit meiner pistole glaube ich zu beleid oder bei mir ist normalerweise mit 160 p vierter vor mir fährt einer der heißt braunie und hatte glatze jetzt ist das team auch nicht mehr verzögert der war bei dir verzögert ich habe keine ahnung warum der manchmal bei twitch verzögert ist twitch ist halt auch nicht das gelbe vom ei mixer ist das gelbe vom ei wer eine von den ersten mixer 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 mir wurde dings geklaut war ich nicht wurde bestohlen ich schieß einfach mal brownie ab ja schließt braunie ab ich habe braunie überholt hä du hast eine abkürstung gefahren ja ja die abkürzung hast du mich gerade überholt die abkürzung ist geheim da ist ein offensichtlicher donut wo man durchfahren kann wenn ich die abkürzung gefahren wäre hättest du mich nicht gekriegt ich trage gerade einen hund ja aber wenn du es nicht weißt du musst halt öfters Mario Kart spielen dann siehst du die abkürzung glatt das ist aber eine der offensichtlichen abkürzungen im ganzen spiel man sieht die halt man sieht die mitten das ist direkt in der mitte des screens alter käseland gehe mal bei jemanden bilder rein bei discord käseland gehen mal ein bilder rein ja ich sehe es das sind 50 knuckles ich hatte doch vorhin geschickt ja was ist das denn er macht die 100 nage stellen aber ja noch nicht alle alleine oder doch das ist die und das ist die nage schon nicht du isst die doch nicht alle alleine ich habe 16 gegessen mir war ich war voll das ist die 100 nage schon black slender jonas hat speed hack komm käseland das ist für mich easy das sind 100 knuckles man käseland ja käseland das ist meine map jonas oma was los mit euch gibt was wieder einfach a drücken jonas ja familienpizza kann ich auch essen familienpizza ist kein ding aber 100 nack jetzt also 100 wir gehen hier nicht von 20 jonas oma wer ist das denn er ist immer auch blöse er hat er spielt ja jede mal jedes mal mit einer anderen nie jaja eben hat er auch als ein deutscher diktator diktator gespielt ne eben hat er als brownie gespielt ja aber davor hat er als den deutschen diktator gespielt alter dafür kann er halt ein bann kriegen ne auch von nintendo wenn sie sein profil checken und ja muss sie nur melden das ist käse genau der hund ist auf meinen kopf gelandet ja und du fährst wieder abkürzungen du sau hä was ist in nahem verkehrt vor allem das sind richtig krasse abkürzungen kein wunder dass du so schnell bist ja was verkehrt wenn ich die menschen kenne weil ich das spiel als spiel und gut bin weil arbeiten aber wegen der abkürzungen überholst du mich halt nur ja dann nutzt die abkürzungen dann halt auch du würdest nicht werde ich nicht du würdest mich da ist egal ob ich stirbt schmutz ruhiger stream ja dann du hättest mich sonst nie überholt weil ich perfekt ja ja natürlich ich bin wieder schuld ich bin ja es gibt sogar boost oben ich raste ich raste aus du wirst sogar noch geboostet ja du kürzt nicht nur ab sondern du fährst auch noch schneller was also ein liebes intendo team alge das zeigt dann war ich mal ein video von das ist unfair das was passiert ich bin vierter obwohl ich vor den beiden im ziel war ich habe einen videobeweis ich habe auch ein videobeweis du bist schleiße du bist gerade schlechter platziert gewesen als ich ich glaube das solltest du nicht sagen fünfter gg ja ich bin sechster warte mal wir sind doch nur sechs leute wer ist denn ich kenne die ganzen miesen jetzt blizzard jetzt ist blizzard irgend so ein mann mit kaputt wer ist das denn jetzt da alter ist das blizzard ich glaube das ist lesu ich glaube das ist jonas jonas vater jonas vater was kaputt redaktion ich sagen okay ich sag jonasvater sagst du hast du das ok ok rechte ich was kein ich recht habe ein kurs auf die eichel nein Nein will ich aber nicht, was anderes, was physikalisch ist. Was physikalisch ist, das ist physikalisch. Ja, was du mal in die Hand nehmen. Keine Ahnung. Ja, du kannst gerne andere Dinge in die Hand nehmen. Okay, was ist es? Nein, es ist Jonas. Jonas mit 20! Was? Es ist Jonas selber. Also quasi Jonas' Vater. Quasi Jonas' Vater. Nein, es ist immer so selbst. Es ist kein Vater. Es ist nicht quasi. Ja, Jonas mit 20 ist Jonas' Vater. Hä? Das ist doch nicht Vater von sich selbst. Ja, aber Jonas' Vater ist 20. Ja, aber es ist Jonas mit 20. Ja, aber der sieht halt wirklich aus wie Jonas. Das hat der echt perfekt getroffen. Der sieht halt wirklich so aus. Wer nennt sich denn so? Wer macht denn so ein wie? Jonas mit 20? Jonas, hier weg mit dir. Der sieht aber wirklich so aus. Das hat der wirklich gut getroffen. Du sagst, der hat den gut getroffen. Hat er. Bist du dir sicher? Ja. Jonas, lass mir die Münzen. Mann, wieso werde ich denn jetzt wieder von Redshits gemario kartet? Es nervt langsam. Ich spiele... Das ist heute zum letzten Mal, dass ich das Spiel spiele. So, danach spiele ich nie wieder. Wegleuch! Wo sind hier die Abkürzungen? Sieht man die? Ja, die sind relativ auf dem Gras. Auf dem Gras? Ja, da gibt's manchmal Rampen. Manchmal gibt's da irgendwelche anderen Sachen. Und es gibt auch Blitze. Die Nerven. Die sind ganz nervig. Jonas mit 20 ist mal wieder ganz vorne. Weil Jonas mit 20 ist komplett OP. Jonas mit seinem Speeder, gell. Och Mann, ich bin hängen geblieben. Ey, eine zum Nachhängen. Ich bin letzter. Gut. Mann, nein! Wie hast du es geschafft, letzter zu werden? Ich bin ins Wasser reingeballert. Wo sind denn hier Rampe? Ich habe nicht eine Rampe gesehen. Es gibt eine Rampe. Auf der Map hier. Jedes Mal, wenn ich eine Waffe kriege, kriege ich einen Blitz. Eine Waffe! Wenn du eine Waffe kriegst... Ja, eine Waffe! Also, wir sind schon in Fortenheit. Dieses Spiel... Zwei Greenshells als zweiter. Was ist das denn? Hier ist die Rampe. Ah, die benutzt keiner, weil die scheiße ist. Doch. Ich benutze die auch ohne Pilz. Ja, weil das ist Mario Kart. Das ist die Mario Kart ESL. ESL? E-Sport. Ja, ich habe verloren. Ich bin als erster, der hat eine Hupe. LOL, ich habe gerade einfach zehn Leute überholt, Kappa. Hä? Sie benutzen manche auch einfach so die Abkürzungen, ohne irgendwas. Ja, ich. Weil es schneller ist. Und du bist siebter. Ey, was bist du denn für eine Affe? Jonas wird 20, ist halt einfach ein Affenkostüm. Ich hatte einen Stream und zack, Blitz. Einen Stern hatte er, oh. Im Affenkostüm. Jetzt muss ich warten, jetzt wird ich suche nach Spielern. Und ich muss da neuen Spielern suchen. Ich glaube, das Spiel wird nicht mehr so die Spiele. Ich weiß nicht mal, irgendjemand hatte mich doch in einem Ding drin. Gut, ich bin jetzt mit Jonas mit 20 alleine in der Gruppe. Gut. Gut. Welche Map willst du, Blizzard? Blizzard, sag mal schnell Map. Blizzard, sag Map. Was hast du gegen dich? Ich verstehe dich nicht. Okay, Blizzard will keine Map. Okay, Blizzard will keine Map. Blizzard will keine Map statt, wir. Äh, Hafen statt. Ihr habt einfach die geilste Map im Spiel. Knickel ist geraged quittet. Wir haben schon einen verloren nach einer halben Stunde. Küsst du mich? Ja, nice, Blizzard. Blizzard überrascht immer mit seinem Mann. Wo ist eigentlich Lesu? Warte, wen hat Blizzard jetzt genommen? Äh, küss mich. Und wer ist sonst? Irgend so ein hässliches, wie ich. Keine Ahnung. Kann ich nicht zuordnen. Jonas. Jonas mit 80. Ne, das sieht viel zu schön aus wie Jonas. Nein, tut mir leid, das mach ich nicht ernst, ja? Jonas, du bist wunderschön. Kappa. Nicht, dass es ja noch jemand ernst nimmt. Ich mein's ja nur Spaß. Ja, ja, das ist alles mit Spaß, Kappa. Ich hoffe doch, dass es Spaß ist, ey. Sonst wird er hier gebannt. BANN! Wär ich? Du, ja, du! Okay, dann band mich, komm. Es war kein Spaß. Es war alles ernst. Oh, Blizzard auf dem dritten eine fucking Stern? Bist du das dann ernst? Auf dem dritten Stern? Auf dem dritten Stern? Auf dem dritten, ist das überhaupt möglich? Ein Stern? Nein, das ist nur, wenn man cheatet, möglich. Okay. Ah, Blizzard, das wissen wir doch alle, dass er cheatet. Ist eigentlich oben lang besser als unten lang? Ja, ne? Wegen Blut. Ich weiß nicht mehr, wo du bist. Ne, ich mach ne Mischung raus. Also, ich fahr ein bisschen oben und dann fahr ich nach unten. Ich mach ne Mischung. Was zum Fick? Okay, das war eher gut. Das war 100 IQ Play. Okay, vielleicht auch nicht. Von mir? Ne, von mir. Also, ich hab Blizzard nochmal unter Bomben Prank gemacht und dann war's doch nicht 100 IQ. Da war's null IQ. Ich seh den Stream nicht. Ich muss auf meinen Gameplay achten. Ich kann den Stream nicht schauen. Als ob diese Feuerscheiß Ding jetzt den Red Shell blockiert hat. Den Red Shell. Oh, scheiße, Alter. Doch, oben lang ist besser wegen dem ganzen Boost. Wegen was? In diesem Markt. Wegen dem Markt? Was für ein Markt? Wo bist du denn? Auf welcher Map bist du denn? Dieser Jahrmarkt. Was für ein Jahrmarkt? Hä? Welche Map bist du denn? Ich bin auf dem Vulkan rollen. Ich bin auf einer anderen Map. Hä? Ich bin ja mit Blizzard allein in der Lobby. Echt jetzt ne? Ja, ja. Ach so. Auf Blizzard, du Hund! Ach man, scheiße. Jetzt hat Blizzard wegen der Hupe gewonnen. Wow, krass. Ich krieg nie Hupe, wenn ich auf der ersten bin. Aber Blizzard, wer kriegt die alle? Fünfter. Wie? Wie bist du Fünfter geworden? Was machst du denn? Was machst du denn? Ich seh schon. Was hast du eigentlich für eine Kartkombination? Standard, Reifen, Turbo, Bike und einen kleinen Charakter. Ich hab die von, äh, die hat mir Nessi mal empfunden. Ja, die ist nicht gut. Hä? Die soll gut sein. Du kannst Plus drücken, wenn du, äh, äh, schmack, drück mal Y und dann Plus. Äh, warte. Auf die Charakter und dann Plus. Hör auf, die soll gut sein. Ich hab drauf vertraut. Ja, okay. Dann hör auf Nessi und nicht auf mich. Ist die nicht gut? Ist die nicht gut? Hey, ich würd gern die Stats sehen, dann kann ich ihr sagen, ob sie gut ist. Aber mit einem kleinen Charakter. Was soll ich drücken? Meistens nicht. Y auf den Charakter und dann Y, äh, Plus. Aber kannst du jetzt nicht mehr? Gut. Nimm Regenbogen-Gullover. Das ist eine tolle Map. Wie kann ich nicht? Plus. Und dann kannst du die Stats aus. Okay, da hast du es einfach nicht gemacht. Du hast nicht Plus genug. Ich konnte es nicht. Doch, konntest du. Ich hab's gesehen. Blatt, ich konnte nicht. Doch, konntest du. Ich hab gedrückt. Nein, hast du nicht. Ja, Regenbogen-Gullover. Nice. Du bist gar nicht in meiner Lobby. Ja, du bist gerade in unserem Lobby gekommen. Du bist in meine gekommen. Du bist, du warst grad im Ladebildschirm. Nicht ich. Hä, wie hab's du übel? Weißt, dass du es bist. Mann. Guck mal, was für einen tollen, äh, äh, Dings hat. Hast du schon gesehen? Ja, wann? Was bringt eigentlich dieses Hupen mit Z11? Weg mit dir. Gar nichts, oder? Äh, Hupen, äh, da kriegst du schnell Items. Wenn, Item-Rad spinnt, wenn du, äh, Z11 stammst, gehst du schnell Items. Aber sonst bringt Hupen nichts. Äh, nein. Hallo, Brauni. Ah, ich bin runter. Guten Rutsch ins neue Jahr. Ich dir auch, Alex. Wadli. Ich dir auch. Vielen lieben Dank. Ich wünsche dir auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ein schönes Jahr. Und dass die Gamescom 2020 wunderschön wird. Aber ich bin so ein lucky Mensch, by the way. Ich auch. Äh, Kappa. Ich bin gerade so knapp an Bananen vorbeigefahren. Knapper geht's nicht. Und jetzt bin ich der schlechteste Mensch. Jetzt hab ich meine... Was ist das? Da kam einfach so ein Hammer, Bro. Äh, wie heißen die Finger, die Dinger? Diese, diese... Trumps. Trumps? Trumps. Trump. Trump. Als ob die Trump heißen. Donald Trump, oder was? Tut das gar nicht mal so kacke? Neu. Ne, Toda ist auch nicht kacke. Wir hatten das gesagt. Was? Äh, Jonas, Toda und, äh... Broken und, äh, Blizzard sind gut. In diesem Spiel. Siebster. Viele bunte Smarties. Was wollen wir eigentlich als nächstes spielen? Wie du willst. Du kannst ja auch, äh, Modern Warfare... Modern Warfare spielen. Ja, spiel Arms mit Jonas. Damit Jonas deinen Rang... Warte, wer hat den Arms Rang, bitte? Arms wäre schon geil. Aber da brauchen wir so vier, fünf Leute auf jeden Fall. Wer Arms mal ein kostenloses Spiel, das wär mega cool. Ach komm, Joshi's bist du, komm, das kriegen wir nicht. Wir müssen beim nächsten Mal wieder 200 spielen, 200 ist lustig. 200 ist heftig. 200 ist nur für die Schwitzer, für die Skiller. Da kann man seinen Skill unter Beweis stellen. Seinen Fahrskill. Da braucht er. So Leute, wenn ihr mitmachen wollt, ihr könnt gerne mitmachen. Turniercode steht in der Titelbeschreibung. Gutes Fahren, setzt sich durch. Das predige ich seit Tag eins. Oh, da ist Jonas. Der spielt natürlich mit perfekt Setup. Ab Arms nicht, schade. Abends ist ein super schönes Spiel. Wieso hast du Arms eigentlich nicht, oder? Ich wollt's mir nie gekauft, ich hab's mich nie interessiert. Hä, das ist ein geiles Spiel. Ja, aber es ist für mich langweilig. Du spielst zwei Stunden wie WingFit und... Nein, 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 nein. Warte, WingFit hast du aber gekauft? Ja, ja. Ja, hä? Ja, ich spiel's ja noch, aber nicht jetzt. Du hast WingFit ne halb, fünf Minuten gespielt. Ne, nicht in dreiviertel Stunde. Ich hab abends 100 Stunden oder so gespielt. Na, schade, Jonas. Hätte er klappen können. Arms bisher 100 Stunden, wie kannst du denn 100 Stunden Arms spielen? Arms ist ein geiles Spiel. 100 Stunden aber nicht. Arms ist geil. Geiler als WingFit. WingFit ist Schmutz. Sag das mal an Lilo, dann gehst du erst mal was hören. Ja, aber ist halt schon. An Lilo findet das Spiel geil. Ja, aber schau dir das Spiel an jetzt. Ja, WingFit ist toll. Das ist lustig. Das ist echt gut. Da, du kennst es halt nicht. Ja, warte, 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 warte. Du sagst es nur, weil du schon Hulk bist. Du bist schon Hulk, deswegen sagst du das. Es gibt Handyspiele, die heißen irgendwie Run, Train, Run oder weiß ich wie die heißen. Run, Sub, Run. Ja, genau. Die sind exakt genauso, nur ohne Plastikmüll. Und dieser Plastikmüll, ganz ehrlich, du kannst halt mit deiner Hand auch andere Dinge tun. Ah, Mann, ich wollte im Stachendorch mit einer Pilze. Ah, hätte ich das geschafft. Jonas, du hättest es doch nennen müssen. Ich mag diese Sachen nicht, wenn du mit der Hand auch andere Dinge tun kannst. Also das ist einfach, es ist wie Just Dance, sowas mag ich auch nicht, weil du musst nicht tanzen wie dort. Du kannst auch einfach nur wackeln und erptische Anfälle kriegen. Ja, das ist ja der Sinn des Spiels verloren. Ja, aber dann kriegst du auch ganz viele Perfekts. Ja, aber wieso hast du es denn dann kaufen, wenn du eh cheatest? Das macht ja keinen Sinn. Deswegen, ich finde sowas scheiße. Deswegen kaufe ich es mir ja nicht. Bei Arms musst du, bei Arms musst du. Da kannst du nicht schummeln. Aua. Deswegen, wenn da Antilo irgendwie rumzappelt und dann sagst du, das Spiel ist so geil. In meinen Augen spielt ja einfach nur ein kostenloses Handyspiel. Wo du einfach nur geradeaus rennst und springst oder so eine Scheiße. Also, ist meine Meinung. Ich mag es nicht. Hehehe, Lenya. Genau. Mach ich. Wehe, das ist im Laufe des Abends. Ein Racket, wenn ich ans Fenster fliege. Lenya, du musst unbedingt dein Fenster zumachen. Animal Crossing. Das ist die beste Map. Mach einfach dein Fenster bis 3 Uhr nachts zu. Animal Crossing. Haben wir noch nie gespielt. Ich bin gespannt. Willst du jetzt mal Y drücken? Zu spät. Okay, gut. Schon wieder zu spät, weil du schon eine Map gewählt hast. Machen wir irgendwann mal. Okay? Nächstes Jahr. Okay, dann sehe ich mal, ob du überhaupt gute Stats hast. Nächstes Jahr. Aber wenn du immer so schlecht platziert hast, hast du wahrscheinlich richtig schlecht. Ich dachte, dass ich gute Stats habe. Wie gesagt, ich habe das Setup von äh... Kleine Charaktere sind nur in 270m, relativ fündig. Von Nessie. Und das ist äh... Von letztem Jahr, ne? Das ist schon uralt. Jaaa! Animal Crossing. Ich habe fehlt den schweren Charakter. Oder mittelschweren. Ist zu, aber trotzdem kann ein Racket durch das Fenster kommen? Nein, kann nicht. Lenya, kann nicht. Du bist safe. Du bist safe. Mach die Augen zu. Schlaf. 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 Los, schlaf. Du bist safe. Jetzt kommt braun hier durchs Fenster. Wie so Batman. Oder so. Oh, die Habsversion. Guck mal. Animal Crossing. Animal Crossing? Das ist so gut auf der Map. Warte mal, ist Animal Crossing wirklich Jahreszeiten abhängig? Ja, ne? Aber nach echten Jahreszeiten? Ja, ne auf der Switch. Auf der Switch eingestellt. Ey, wie auf der Switch eingestellt? Ja, weil auf der Switch kannst du auch dein Datum bestellen. Das was da steht, ist dann halt auch in Animal Crossing. Hey, also kann ich cheaten? Ja, kann man. Oh, ist ja dumm. Du kannst halt... Ist aber auch manchmal ganz lustig. Aber es ist nicht so, dass ich im Sommer dann auf einmal Winter hab und so. Nach Spielzeit. Nein, nein, nein. Das ist wie... Ne, ne, ne. Das heißt, äh... Wenn ich irgendwas im Winter machen muss als Mission, dann stelle ich mein Datum einfach auf Winter und dann hab ich alles. Naja, aber du hast doch Konsequenzen, wenn du einfach die Zeit vorspult. Zum Beispiel, äh, Bewohner hassen dich, weil du lange nicht mehr gekommen bist. Und so weiter und so fort. Das war sehr schlecht, Bronny. Ach so, das ist ja geil. Hm. Also, du wirst auch bestraft, wenn du, sag ich mal, cheatest. Das war auch in End New Leaf so. Aber ich werd auch bestraft, wenn ich das Spiel nicht jeden Tag, fucking Tag spiele. Äh, nein. Du kannst schon... Nein, nein. Das ist... Da ist es fair. In End New Leaf war es fair. Da wirst du nicht so krass bestraft. Was heißt bestraft? Ja, bestraft zum Beispiel das Unkrautwechsel oder das Bewohner ausziehen. Weil wenn die Bewohner sich nicht wohlfühlen und du nicht mit ihnen interagierst, dann ziehen die auch aus. Als Beispiel jetzt genannt. Das ist ja lustig. Jaja, da kannst du... Du kannst auch deine Bewohner mobben und dann ziehen sie auch irgendwann aus. Leute, ich weiß nicht, was nachher noch kommt. Vielleicht kommt ein bisschen Modern Warfare, ein bisschen Counter-Strike, ein bisschen Fortnite. Ich hab keine Ahnung, man. Vielleicht kommt auch DVD. Aber abends wird jetzt, glaube ich, nicht spielen. Äh, da sind einfach zu wenig Leute da jetzt. Resetti ist am geilsten. Was ist denn Resetti? Ja, Resetti ist der Maulwurf, der dich anmotzt, wenn du das Spiel nicht gespeichert hast. Der war in den früheren Teilen richtig aggressiv und hat einen sogar bleibelt. In dem Nintendo-Spiel beleidigt, ja. Hä, wie meinst du mit... Der ist sogar hier am Ende der Strecke. Wenn ich dich speichere, dann meckert der, oder was? Du bist ein Schicksal. Ja, wenn du nicht speichert. Versteh ich nicht. Ja doch, wenn du zu Spiel beendest und speichern kommt er beim nächsten Spielstart und mault dich erstmal an, dass du speichern sollst. Aber speichert der dann für dich, oder wie? Nein, nein. Nein, nein. Es wird nicht gespeichert. Wie? Der Spielstart ist weg und dann mault er dich an? Speichere doch mal! Ja, ja, richtig. Und dann beleidigt der dich auch als Idiot und so. Was? Was? Ja, ist so. Loll. Dann beleidigt er als hässliches Kind, was ich speichern kann. Hä, wieso bin ich denn jetzt alleine in der Lobby? Also das wird quasi technisch so gemacht, wenn du einen Spielstand lädst, dann merkt sich das Spiel, dass du einen Spielstand geladen hast. Und wenn es dann keinen neuen Spielstand gibt, dann sagt er, ey du Idiot, du hast dich gespeichert. Weil du hast ja geladen und gespielt, offensichtlich. Richtig. Richtig. Leute, ich glaube ich bin dicht. Ja, ich bin jetzt rausgeflogen. Ich spiele jetzt ohne mich. Nice. Ich habe verkackt. Ich kann nicht mehr gewinnen. Ich gehe jetzt schlafen. Ich kann nicht mehr gewinnen. Kappa. Okay, ich habe verloren. Leute, ich bin raus. Äh, wir haben noch 15 Minuten. Chill mal. Ja, ihr habt jetzt trotzdem eine Runde mehr als ich. Ja, dann spielst du mit Computer. Ne, ich spiele nicht mit Computer. Man kann, man muss einen menschlichen Spieler haben. Sonst kann, kann man es nicht haben. Es gibt noch mehr Menschen. Ja, hier ist aber keiner. Dann warte einfach. Baroni, eine Sache. Stream kein Arms. Sonst habe ich keinen goldenen Namen mehr. Ach so, Lukas hat Arms in Gold. Da müssen wir abends streamen, Leute. Nicht heute, aber die nächsten Tage. Ach, das ist dumm. Jetzt bin ich leider letzter. Jetzt bin ich dritter. Schade. Du hast Gold in Arms bekommen. Das ist heftig. Warte mal. Dein Besuch hat dir Gold in Arms gegeben, oder? Das hast du nicht mal selber gemacht. Hopfer. Du musst schon deinen Goldrang verteidigen, also so geht das mal gar nicht. Hier warte, ich schicke dir mal hier die Stats von meinem Card. Ich schicke dir das mal als Foto privat. Sehr gerne. Dann siehst du mal, wie krass mein Card ist. Ich dachte eigentlich, das wäre Balanced, aber Nintendo und Balanced gibt es nicht. DVD und Balanced gibt es nicht. Ah, Nintendo auch nicht. Du ernährst dich gerade viel zu ungesund. Lenya. Lenya, warum spielst du eigentlich nicht mit? Und wie ernährst du dich denn gerade, Lenya? Ungesund. Ja, aber was isst du denn? Schokolade, Bier, Alkohol, Pizza. Schokolade. Ich hätte Schokolade. Nutella. Oder Brownies. Ich stehe immer ganz kurz auf, ich muss mich ein bisschen bewegen. Apropos, hä, du spielst doch gerade, dachte ich. Kappa. Ja, ich hab doch gerade... Todi! Toda! Was ist? Wollen wir VR spielen gleich? Nein, nicht wenn es so warm hier ist. Wie zu warm. Hä? Dann mach Fenster auf. Ja, dann höre ich aber, dann kommt die Rakete rein. Mach Heizung an. Heizung ist schon an. Hä? Mach Heizung aus, wenn es warm ist. Okay. So, hab Heizung aus. Oder ein bisschen untergestockt. Zieh dich aus. Ne, das nicht. Warum nicht? Nicht, wenn ich hier ne Cam habe. Hä? Mach die Cam raus. Hä? Wie soll ich die Cam ausmachen? Hacker können glaube ich die Cam auch aktivieren. Hä? Zieh die Cam einfach aus dem USB raus. Ja, ne. Von den 1000 USB-Kabel nicht angeschlossen, einfach auf den Cam aus. Du hast keine Ahnung von dem, was du getan hast? Okay. Nein, das sind so viele. Das dauert jetzt zu lange, um raus zu finden, was die Cam ist. Zieh einfach alle raus. Außerdem, du sollst ja nicht komplett nackt sein. Reicht ja unterhoben. Hä? Genau, ne. Das würde man eh nicht in der Cam sehen, oder? Ja. Den Schniepel würde man auch nicht sehen. Ne. Kappa. Was ist, wenn ich kein Haar? Ja, eben. Was ist, wenn ich ein Mädchen bin? Den sieht man ja nicht, deswegen. Alles gut. Gut. Weil ich ein Mädchen bin. Du hast ja auch ne Hose an. Weil ich ein Mädchen bin. Du hast ne lange Hose, ne? Ja. Guck mal. Es ist ja auch Weihnachten. Du hast ne fucking lange Hose. Es ist ja auch Weihnachten. Und mir ist warm. Dreck ja hier. Zufällig. Komm, let's go. A drücken. Jetzt kannst du Y drücken. Komm, drück Y und dann plus. Hä? So sind wir nur noch zu zweit. Y. Willst du mich verarschen? Y. Alter, drück mal Y. Bitte. Okay. Dann drücken ich Y. Jetzt A und dann plus. Und dann siehst du da die Stats. Und dann kannst du da mal die Watsch jetzt schauen, wie meine Stats. Die sind richtig groß. Ja. Groß muss nicht immer gut heißen. Ich hab vorhin Pommes gegessen. Jetzt zieh ich mir abwechselnd Schoki und Chips rein. Ja. Like a. Braun jetzt am Tee. Hast gleich 100 Punkte. Was knallst du denn da die ganze Zeit gegen den Tisch, Digga? Ich hab sogar mein Fenster zu. Hast du Anja S? Nein. Eigentlich nicht. Komm, one on one. Das ist jetzt one on one. Ich und du kriegen Bots. Wer gewinnt von uns beiden? Ey, ich hab meine Tasse nicht gedrückt. Hör mal auf. Du machst da auch keinen Boost, oder? Nee, nee. Mach ich nicht. Hä? Warum fährst du so schnell? Ja, weil ich ein gutes Kart habe. Und dann heißt es, du hast mehr Skill. Eigentlich hast du einfach nur ein besseres Auto. Ja, ich fahr auch gut. Gutes Fahren sitze ich durch. Das präge ich seit Tag 1. Ey, ich fahr perfekt auf der Straße. Aber ich fahr halt einfach langsamer. Nein. Du vermisst sogar manchmal die 2 Doppel-Items. Du fährst gerade durch ein Item, wo es 2 Doppel-Items hat. Tilapro. Hab ich gesehen. Ich seh's auch grad im Stream. Spiel Ring Fit, dann sind die Kilos weg. Ring Fit ist Bullshit. Ist so, Ring Fit ist geil. Ring Fit ist Bullshit. Ring Fit ist mega epic. Das ist einfach nur ein kostenloses Handyspiel, was hier teuer mit Plastikmüll verkauft wurde. In diesem Ring ist nicht mal Technik drin, das ist einfach nur Plastik. Ja, der Ring ist ja auch nicht für Technik gedacht. Das ist ja auch nur ein Zubehör, damit das besser funktioniert. 80€ Zubehör. Was für 80€? Ja, das Spiel kostet doch 80€ oder nicht? Was für 80€? Wie teuer ist das Spiel? Nicht 80€ auf jeden Fall. Ja, aber auch nicht 30€. 60€, 50€. Siehste? Ja, aber nicht 80€. 80€ und 60€ ist ein Unterschied. Subway Runner, das ist das gleiche Spiel, man. Was für Subway Surfers ist was anderes. Subway Surfer. Und du weißt nicht mehr, wie es richtig heißt. Wie würdest du sagen, dass es das gleiche Spiel ist, wenn du nicht mal den Namen weißt? Aber man läuft da auch nur rum und springt wie so ein geisteskranker Hippie. Ja, aber du hast in dem Spiel Kämpfe, wo du sich sogar strecken und dehnen musst. Ja, musst du aber nicht. Der Controller erkennt das nicht. Doch, doch. Der erkennt das safe nicht. Der erkennt das. Du kannst auch einfach nur den Controller schütteln, dann steht er perfekt. Okay. Du bist jetzt ins Gras gefahren. Sehr gut. Jetzt wirst du gemalteten Karten und bist jetzt letzter. Was ist denn das für eine Scheiße? Das ist unfair. Genau. Die fahren alle besseren Karten als von der Mega Stream. Kurz von Ziel! Ahhhh! Jonas, wie findest du Brauni-Skill, Jonas? Sag mal bitte. Jonas, halt die Fresse. Jonas, sag mal bitte. Uliger Stream! Ul! Sag mal deine Meinung bitte. Wo bin ich hier gelandet? Staub trockene Wüste. Beste Map ever. Ich bin komplett. 11 out of 10. 11 von 10. Stimmt zu. Toderlache, Montelache. Ah ja. Ah ja. Drück mal bereit hier. Drück, drück bereit. Ah ja. Alle bereit drücken. Alle bereit drücken. Wer ist denn dieser andere Kollege? Jonas. Das ist Jonas. Jonas. Ja, Schei-Germin ist auch gut. Jonas, geh raus. Lief. Alter 4. Hauntaste XA. Hauntaste XA. Hauntaste XA. Hauntaste XA. Stecker ziehen. Alter 4. Oh, Polarkreis Parkour. Cooler? Ich kenne sogar die ganzen Map-Namen, Alter. Wie gut bin ich denn? Bin bei euch. Zitt Ju. Yeah. Ja, guck mal. Jonas hat jetzt 20 Punkte mehr, nur weil er eine Runde mehr gespielt hat. Wow. Ach man, Jonas. Jonas. Mann. Nur weil ich betrogen werde und rausgeworfen werde. Mann. Was wollen wir denn nachher spielen? DBD? Das ist doch deine Entscheidung, nicht meine. Meine? Wieso meine? Du wirst doch der Streamer, nicht ich? Du wirst der DJ. Okay, dann sage ich... Es kommt seit einer Stunde keine Musik mehr und du wirst der DJ. Hä? Du hast die pausiert, du Idiot. Du bist ja DJ, Mann. Du bist schuld. Dann können wir Ace Attorney spielen, wenn du mich fragst. Nein. Machen wir. Nee, nee. Doch, du hast mich gefragt, du hast mich gefragt. Digga, ich kann nicht mehr lesen. Du spielst Spiel in Ace Attorney. Ja, ich kann lesen. Hallo? Gar nicht. Ich bin seit 21 Stunden wach, ich kann trotzdem lesen. Gut, und ich sitze hier einfach nur wie so eine Geisteskranke und drücke A oder was? Ja. Das ist alles, was ich tue. Ja, du kannst auch lesen, wenn du willst. Nee. Ich hab ja kein Problem damit, du könntest abdächsen. Ich bin gerade runtergefallen. Hey, ich bin dabei, los geht's, let's go. Ey, ich kann nicht mehr fahren. Ich bin drunken. Ich bin drunken. Flammen. Man darf drunken nicht fahren, Leute. Hört mal auf. Ja, dann hör auf Malika zu spielen. Ja, mach ich. Gut, mach das. Ist es hier ein Bot, der vor mir ist, oder wie? Ja. Ja, was war das denn bitte gerade? Jonas, hör mal auf deinen Hex an. Mach mal deinen Hex aus. Jönikan, alle ein gutes Rutsch. Danke, dir auch. Und ein schönes Rutsch. Jonas, mach mal Hex aus. Okay, ich kann nicht spielen. Gamescom 2020, weil Toda wird dann da sein. Tapper. Hast du das gerade gesagt, oder? Du wirst da sein, oder? Ja. Ja, ich hab's gesagt, ja. Achso, ich dachte, du hast es vorgelesen. Ey, es ist nichts wert, wenn ich es sag, oder was? Nein, nein, ich wusste nicht, ob du es jetzt gesagt hast, oder ob du es einfach nur vorgelesen hast. Da war ich jetzt nicht früher. Broken war übrigens letztes Jahr da mit irgendwelchen Männern. Oha. Und sie wollte sich nicht treffen. Ja, keine Ahnung, sie ist mit irgendwelchen Männern da hingegangen. Und dann war natürlich ihr Handy die ganze Zeit aus, oder keine Ahnung was. Ah, ich werd gemahlgekartet. Typischen Ausreden hier. Ich bin Dritter, welcher Platz bist du? Broken Ehrenfrau. Total ist er. Ich war mit irgendwelchen Männern da. Welcher Platz bist du? Ich? Ich bin 7. Achso, okay. Ich spritz dich jetzt voll. Wie willst du das bitte anstellen? Hey, hast du nichts bekommen? Nö. Hä, ich hab doch die Spritze abgeschickt. Ja, ja, ich hab, äh, 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 ich hab mal einen DLC gekauft, wo man nicht verspritzen kann. Achso. Was? Ich bin 10 da. Wie hast du das denn schon wieder geschafft? Ach, ich bin gerade rausgefahren. Du hast A gedrückt. Ich hab A gedrückt. Ne, du hast A gedrückt. Ne, du hast B gedrückt, deswegen bist du so weit hin. B steht für Bremsen. A steht für A geben. Gas geben. Äh, welche Map sollen wir nehmen? Jonas, Shotcall. Jonas, Shotcall, welche Map? Jonas, schneller, 6 Sekunden. Alter, du hast 173 Lieder in die Playlist, bist du bekloppt? Äh, nein. Wer hast du das denn hingekriegt? Hä, ich hab das halt gemacht. Nur wenn du die ganze Zeit auf Pause drückst, kann ich nichts machen. Wie 200 in die Playlist? Was ist denn da passiert? Ja, keine Ahnung. Was hast du denn für eine Playlist genommen? Ja, meine Playlist. Ich will Musik in den nächsten 50 Jahren haben, oder was? Nein, das war meine Lache. Äh, meine Playlist. Digga, hast du die schon mal angehört, die Playlist? Komplett? Ja. Ja. Ich hab sogar Beweise. Wie viele hast du dafür gebraucht? Keine Ahnung. Jonas, lass mal hier Fair Play machen. Jonas und Fair Play? Ja, Jonas soll mal Fair Play spielen hier. Deswegen ist er Metall Mario, weil er so fair playt. Jonas, ab nachhin mit dir. Kuss geht raus. Jonas soll mal den Spieltext ja ausmachen. Jonas spielt hinter mir. Selbst ich bin besser als Jonas. Ja, ich hab ihn auch, äh, ich hab ihn, äh, grad auch mit der Wäsche getroffen, einmal. Ich hab dich grad getroffen, ne? Ja, ich weiß. Und ich hab, ich hab Jonas getroffen. Ich will auch Voice Shades, Salah. Ja, komm rein, Salah. Lisa meldet sich an, um zu talken. Ach, Lisa. Leute, ich bin grad so drunken. Das ist grad mal mein drittes Glas, oder? Scheiß, ich hab die ganze Flasche grad getrunken. Ah, stimmt, du bedrinkst dich ja auch, Gottchen. Ja. Mann. Schlimm. Denkst du, ich würde nüchtern so sein, wie jetzt, Kappa? Ja. In Salah? Ach man, wer hat er doch schon wieder zwei Wäsche geworben? Ich nicht! Jonas, ich hasse dich. Wir werden keine Freunde mehr im Leben. Hä? Ihr wart noch nie Freunde, Kappa. Ja. Ja, wir werden auch keine mehr. Jonas, das ist einfach Karma. Merk dir diese Worte. Blizzard, komm rein, geh in irgendeine Stände, ich zieh dich hoch. Ach mal, Jonas! Jonas, du wirst, du wirst kein glückliches Leben mehr nehmen. Du willst mich schon wieder mit der Banane füten. Aber nee, das lass ihn. Jonas, du wirst das bereuen, Jonas. Weil, irgendwann kriegst du, kriegst alles zurück. Ich, 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 ich sag dir Karma. Ich hab nur negatives Karma, Herr Jonas. Ich sag mir den ganzen jetzt, das ganze Jahr schon negativer Karma. Jonas, du wirst jetzt von Ludwig in der Wetschel abbekommen. Bereit dich doch vor. Okay, du hast Ludwig die Ehre genommen. Ich nimm's zurück. Du musst jetzt Fortnite spielen, dann rasierst du auf jeden Fall, Mann. Bis offen rasiere ich richtig auf Fortnite. Und Jonas hat gewonnen. Ach, Jonas. Ernsthaft? Ach, Jonas. Oh, guck mal, die Pikmin, er kennst Pikmin 3. Ah, Blut! Achter, ich hab noch nie Pikmin gespielt, aber ich kenn Pikmin. Du musst Pikmin 4 spielen, wenn's rauskommt. Pikmin ist cool. Das Pikmin 3, äh, das ist die erste Welt grad. Pikmin 4 kommt doch gar nicht. Wurde schon anerkannt? Pikmin 4 kommt 100% in 22. Wenn das... Das sah auch graus wie Blitz. Oh, ja. Wenn das nicht 2020 kommt, dann... Nee, dann bin ich weg. Das muss 2020 kommen. Okay, dann... Tschüss. Ich sag schonmal Tschüss. Ich zöng den Knaller! Welche Map soll ich nehmen, Brownie? Welche gefällt dir am besten? Alles, was ich an Knallzöck habe. So, fertig. Äh, mach die... Mach Dings. Ja, die Mario-Piste. Hey, du hast schon ausgewählt. Was fragst du mich? Hey, ich hab dich gefragt, du sagst die Knaller-Dings und deswegen... hab ich die Knaller-Map genommen. Jetzt kommt der Tic-Tac-Trauma. Was soll denn das? Da ist Blizzard. Hallo, Blizzard. Moin! Moin, Blizzard! Moin! Moin, servus, moin! Moin! Alter, du hast... Du hast ja echt, äh, hier, ne? Jonas mit 20. Das war ja echt ein Spiegelbild. Das ist super getroffen. Da muss ich lauter stellen, der Zoller. Ja? Toll, Alter. So, warte. Und wir haben eine Flasche Wodka leer gemacht. Alter. Ja, ja. Ich verstehe. Äh... Ja. Aber du fährst besser als Jonas. Jonas ist halt echt... Ja, weil Jonas scheiße ist. Jonas, du bist scheiße! Das ballert. Blatt? Blatt. Blatt. Ach. Alter, Junge. Junge, du schauspielerst grad, oder? Nein. Alter. Alter. Wie alt warst du nochmal? Zwölf? Blatt? Zwölf. Ich bin alleine in der Lobby. Ja, das war doch nicht eben auch. Beschwer dich nicht. Kumpel, der will deine Freunde durchficken, Junge, der bei mir ist. Ich hab mehr Punkte, easy game. Warst du gar nicht. Nein, aber Jonas. Echt? Ja, Jonas hat 200 irgendwas. Aber Jonas ist ja auch Blatt. Jonas ist auch ein Skiller. Jonas hat nur Orangensaft getrunken heute. Wodka-Echsen, hab ich gehört. Ja, wir haben eine Flasche Wodka leer gemacht. Wir haben jetzt noch fett oldes Noah Korn und so. Ich bin so schlecht in diesem Spiel. Ich auch. Endlich erkenne ich's. Und wir bauen nicht alle meine Banane rein. Fürs Jahr 2020 vor, um zu rippen, oder was? Ja, absolut. Wodka absolut, ne? Digga, ich war grad auf Klo, Junge. Ich kam absolut nicht zu klar. Äh... Pfff. Alter. Hast du ins Waschbecken gepisst, oder was? Wie? Yes. Hey, ich bin grad durch den Boden gefallen. Irgendem Back. Und du hast ja die Banane rein. Ich? Ich höre nicht. Jonas in der Lobby. Ich hab keinen Bock gegen Jonas zu fahren. Hä, Jonas ist in unserer Lobby. Nee, Jonas ist bei mir. Jonas cheatet. Bei mir. Jonas hat zwei Accounts. Der spielt in zwei Lobbys gleichzeitig. Deswegen hat er so viele Punkte. Nein. Der ist bei mir. Ja, der ist aber auch bei uns. Nee, ist er nicht. Hört zu den Arsch doch. Man, seid doch nicht so fies zu mir. Ich hab doch nichts getan. Ja. Bin ich fies zu mir. Das ist noch nett, hm? Mit deinen Feindlisten. Digga, ich Mario muss. Was ist das? Ich hab keine Ahnung, Digga. Mann. Ich. Das ist alles in deinem Kopf. Fehlt aber eine Darmübertragung. Mach's Heule. Ja, das ist Jonas. Jonas hat dich grad gehackt. Der hat grad alle deine Punkte gestohlen. Arschloch. Man merkt, dass du besoffen bist. Du bist bei deinem Kuppe oder was? Nee, mein Kuppe ist bei mir. Und wie viele Sachen habt ihr an? Gar nicht. Gar nichts. Alles safe, Digga. Win is confirmed auf 100%, Alter. Ich verpiss dich, Daniel. Ich verpiss dich. Bläds, Alter. Ich hab einen Ahnung. Ich muss das verändern. Brauni. Zieh dir erstmal Sachen an, ey. Ja, mach. Das Turnier ist geschlossen. Was? Jonas hat gewonnen. Mach weiter, mach weiter. Bläds. Mach weiter. Jonas hat gewonnen. Mach weiter. Ist vorbei. Mach weiter jetzt. Jonas. Jonas. Ey, Blizzard. Was? Ich bin Platz vier. Ich bin dritter. Ich bin dritter. Ich bin fast so gut wie Blizzard. Was? Punkt Unterschied. Ey, Alter. Ich bin... Ey, was? Es haben nur acht Leute mitgemacht. Ja, mach weiter jetzt. Ist das traurig. Mach weiter. Ist das traurig. Was? Was ist das für eine Mario-Musik? Also ausmachen. Ey, wieso hat keiner mitgemacht? Ich dachte, wir sind... Wir sind eine Community. D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. Ich dachte, Russell. Niemand weiß Bescheid, weil niemand will, das Spaghetti zu essen. Mach weiter, mach weiter. Ich muss erstmal die Goldränge klauen auf dem Server. Mach den Teddybär weg, Daniel. Wer hat denn den Goldrang? Mach den Teddybär weg! Ist es... Mach den Teddybär weg, Arschloch! Was für ein Teddybär, Alter! Fünf ist Gold gewesen! Jetzt erstmal stehlen! Jetzt mach weiter! Fünf ist Gold gewesen. Fünf ist jetzt nicht mehr, hat keinen Goldrang mehr. Gottgar E ist das Beste! So, wer hat Silber gehabt? Mal gucken! Ich! Gompi hat Silber gehabt! Silber ist auch weg! Blät! Das macht aber noch weiter mit Mario Kart! Ne, ne, ist jetzt durch! Nächstes Jahr erst wieder! Nächstes Jahr! Was? Ich war Bronze! Ich krieg mein Bronze rang gestohlen! Wollen wir Fortnite spielen? Wollen wir Fortnite spielen? Ich spiel jetzt noch Fortnite, ich muss noch die Challenge machen! Echt? Mach auch Fortnite! Ich spiel eine Runde Fortnite! Lass deinen Fall abnehmen! Ich mach auch Fortnite! Ich mach eine Runde Fortnite! Blutwunsch Jonas! Ich mach richtig, ich mach 20 Runden Fortnite! Warte, Jonas bekommt erstmal Gold in Mario! Ich mach jetzt auch Fortnite an! In Mario! Toda bekommt Silber in Mario! Und ich will Bronister! Du kriegst Blatt rang, Alter! Arschloch! Blitz! Hä? Du bist gar nicht auf meinem Server! Wie reden die da gerade? Verarsch mich nicht! So, Alter! Warum hast du mich markiert? Warum hast du mich markiert? Ich hab keine Ahnung! Ich stand jetzt fort! Ey, ich muss noch für 4. Ich muss für 4. noch ein Besonderes angeben, Alter! Wo bin ich? Ey, ich hab das Spiel beendet, ich hab immer noch Mario Musik! Ich glaub ich bin besoffen! Jetzt ist Mario Kart! Hä? Wer hat grad die Musik gedroppt? Ich nicht! Der DJ! Jetzt ist fort! Jetzt ist fort! Gleich noch fett! Oh, Triparovski, Alter! Triparovski! Bi-bap!